Moin Leute, also wir sind heute unterwegs zur RCN. Ich bin jetzt auch schon da in der Eifel. Ja, ich fahre mit so einem Golf GTI 6, der ist aber zum Rennwagen umgebaut, ist ein Cupauto. Ich bin mit dem Auto auch noch nie gefahren, also wenn ich gleich die Warm-Up-Runde fahre, das ist auch das erste Mal, dass ich in dem Auto drin sitze. RCN ist so ein bisschen Zeitfahren, da geht es nicht so wirklich um Positionskämpfe auf der Rennstrecke, deswegen ist heute mehr oder weniger ein bisschen entspannter Renntag. Ja, ansonsten muss ich gleich mal gucken, wie wir überhaupt hin müssen, weil ich noch nie an RCN teilgenommen habe, aber es wird schon klappen. Jo, das Wetter stimmt ja schon mal. Alter, okay, du kannst. Ja, guck's drauf. Ich rede ein bisschen lauter. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Hallo, hallo, hallo. Jetzt geht's. So, jetzt geht's los. Ja. So, müssen wir da denken, welchen Tag, das sind die Autos. Dann können wir einfach knacken. So, jetzt ist die Klasse rumgelegen, und dann haben wir ein paar Flattenrauben fallen. Wir haben die Klasse der Gruppe A, und dann haben wir die Strafbombe eingefallen. Man hat sich kurz dessen, so ist ja die Füße, 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 so ist ja die Füße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.